Weiter geht's mit Dead Ways 2, ich bin ein wenig in Eile, wegen allem hier und überhaupt, und ich bin weg. Eigentlich wollte ich ihn nochmal schnell speichern. Nein, aber es geht scheiße, wenn der Regenerator da frei ist. Und ein Spucker. Mhm. Ich sollte weglaufen. So lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich bin so langsam. Wow. Profil Starse reicht weiter. Apropos Starse. Ja. Komm schon, Aufzug. Aufzug? Tschüssi. Ich mach' einen Abgang. Tschüssi, ihr Flaschen. Ich bin da mal weg. Musst du mir jemanden folgen? Ähm. Hier bin ich. Just saying. Zwei? Ne, noch ein paar mehr. Zwei? Nee, noch ein paar mehr. Mach' auf. Ich brauch' keine Supplies. Ich bin einfach nur weg hier. Mach' auf. Verdammt, Axt. Ach, nee. Oh. Ein Tritts-Vakuum. Ach, wie schön leise es jetzt auf einmal ist. Äh, whoops. Äh, da ist Ausrichten. Da ist Schase. Da bin ich weg. Und ich hoffe mal, das Viech verfolgt mich hier jetzt nicht auch noch irgendwie. Aber wahrscheinlich würdest du's machen. Das wäre nämlich die Z-Kacke. Ich hab' genug, Muni. Ja, da liegt's nicht unendlich Luft. Ach doch, ich verbrenne ihn nicht. So. Da ist deine Luft. Cool. Nee, da bin ich wegen einem anderen steuern. Aber das funktioniert. Du musst mich wieder sehen. Dann werde ich dich nun wiedersehen. Das ist die einzige Möglichkeit, der Welt. Du musst dich durch. Neeein. Neeein. Er will aber nicht. Hey, cool. Doch, ey, geh knoßen Raum. Mit dem Ender-Geknozen. Wow. Tolles Sicherheitslager. Mhm. Da ist so viel Sicherheitsgedöns drin. Ja, sechs Schuss an Geld zu. Jetzt hab ich den Knoten wieder rausbekommen. Jetzt weiß ich auch warum. Jetzt weiß ich auch warum. Ist das eigentlich gut? Ja. Heilig Blomme. Nö, das ist voll. Ach, wer weiß. Man kann's ja mal brauchen. So. Buchen wir das noch mal Knoten. Ja. Nö. Große. Jep. Oder so. Ich bin gern vorbereitet. Das war's alles. Die Konsergenz ist fast gekommen. Triff mich beim Marker. Jep. Ich glaub, wir sind gleich beim... Whoop, die fucking Finale. Oh, yeah. Ich glaub, es gibt ein 14. Ja, anscheinend nicht. Guck mal, was der getroppt hat. Ja, warum ist das denn? Ein großes... Heeeh. What the fucking do? Von wo hast du gekotzt? Von... Von da oben. Ey, ich sniper dich ab. Du hast was verwechselt. die Tau die Dauern wo die Kette mitnehmen will hier in der Nähe durch schon wieder augenlose Mikkels Kraus den Erste geht dann noch eins ich habe es was in Aktion Koffe zwei Kriege drei für die Böcke Ich bin weg. Keine Zeit für euch. Vor allem nicht, weil das so ein Mega-Monster-Mörder-Fieh hinter mir ist. Äquivalenter Tausch. Ja. Ich hoffe übrigens, dass du die mittleren Körnerst dabei hast. Ja, sonst wäre ich Erfolge halt. Was? Du hast auch falsch. Nein, nicht gern. Ja, aber du hast gerade den Klapper plaziert. Können wir mal kurz nachgucken. Ja, ich verwendete die mittleren. Gut. Ab jetzt braucht alles irgendwie nur noch Medikits. Ja. Ach, hab den. Jupp. La-di-da-di-da. Medikits up my ass. Ich hab jetzt Medikits up my ass. Ich hab immer noch eins hier verliegen. Und zwar die super effektive. Ja. Geh weg, mach mir einen Weg frei. Ich hab's eilig. Lasst mich arzt, ich bin durch. Äh... Aua. 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 Ich hab genug, Muni. Hast du mit Absicht gesagt? Lass mich arzt, ich bin durch. Natürlich. Natürlich. Okay. So. Textlog der Unnötigkeit ist jetzt gerade eh nicht der richtige Zeitpunkt, sowas zu lesen. Das sehen. Ich mein jetzt gerade die Hölle auf dieser Station so richtig losgebrochen. Ey, du. Geh mir nicht auf den Kick. Die muss eine Regeneration wieder einbringen. Ja, zum Glück haben wir genug im Stase dank unserem schönen Anzug. Ja. Äh, ach da. Ja. Danke sehr. Ähm. Ja, und jetzt? Äh. Was hat mir das gebraucht, dass ich jetzt hier bin? Ähm, irgendwie gar nichts. Ich würde ja neben den anderen Weg. Ja. Hier bin ich dezent falsch. Ach, da ist auch noch aufgegangen. Schön. Ah. Ja. Hallo, Marker. Das Erforschen des Markers war jedes Leben wert, das wir verloren haben. Alter, wie du aussiehst. Two-Face. Das ist das Harpun-Gewerr, würde ich sagen. Mhm. Ich lasse nicht zu, dass sie das alles wegwerfen. Hab den hier! Durchdahls. Und Gnarrn-Schuss! Was? Oh. Jetzt? Äh, nein? Nein? Ist nicht... Vibe? Na tut das weh? Tut das weh? Tut das weh? Tut das weh tun? Ich soll euch darauf hinweisen, dass du versuchen solltest nicht in ihrer Nähe zu gehen. Wer, ihr da? Äh, ja. Alter, so viele Kiddies! Dann geh sterben, du Fake Nicole. Geht doch. Eigentlich hab ich jede Menge Muni. Ja. Und Leben up my ass! Ich mein ja nur. Ähm, so viele große Wege zu haben. Wir können uns niemal voll heilen. Oder so ähnlich. Mhm. Ach, und wieder Tote. Habe ich's kaputt gemacht? Glaub ich hab's kaputt gemacht. Jep. Das ging schnell. War das schon wieder der ganze Bossfall? Ey, mein Weg war nicht so leer! Betrug! 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 Ja, ich bin ein Punkt. Ich bin ein Punkt. Ich bin ein Punkt. Aber das ist auch irgendwie ein bisschen overpowered. Ja. Aber wir müssen mal sehen, dass hier ist kein Little Legend of Zelda. Ja. Wo die Bosse immer, äh, schön schwer bleiben. Mhm. Aber es ist schönes Spiel. Ja. War das Ihr toller Plan? Mich absetzen und dann sterben? Elli? Ich hätte auch noch eine. Ich komm durch da und hol sie. Schwingen Sie Ihren Arsch. Warten Sie rein, Elli sind zu spät. Ja. So schade, dass Sie diesmal nichts zu sagen haben. Aufkommen! Irgendwie noch was, wie so, dieses Mal muss man doch irgendwie gern haben. Ja. Hallo. Kommst mal in den Schläfen. Whoop da fucking du! Du musst denken. Habe ich auch schon mal gekriegt. Ich komme! Mach doch mal ein bisschen langsamer, Elli! Wie soll ich denn an Bord kommen? Ich komme! Isaac, nehmen Sie meine Hand! Ich war so, ja! By знак! Die Lücke! Die Lücke! Die Lücke! Da! Heilige Scheiße. Tschüss, Station! Und das ist genau so geschafft, wie nach dem ersten Teil. Ja. Ey, dein rechtes Auge sollte ein Loch haben. Eigentlich ja schon. Ey, die Ellie, die ist mitgenommen. Ja. So dezent. Jetzt. Das war's jetzt mit einem... Was? Okay, also das Ende Ende. Also hier nach Final Boss und so. Gefällt mir aber eigentlich schon. Ey, die kommt zurück und sagt ihm, schwingt der Arsch hier rauf. Doch. Also die Story war dann doch schön. Ja. Ich frag mich immer noch, wer es alles lesen soll. Aber doch, es ist zwar viel mehr Aufregung, viel mehr Geballer, vor allem jetzt am Ende. Ja. Und man ist am Ende eigentlich nur noch übermächtig und braucht es nicht mal mehr. Haben wir auch gesehen. Mhm. Aber die Story hat mir einfach gefallen. Ja, die Story war ja recht interessant, wenn man es mal vergleicht zum ersten Teil, wo eigentlich gar keine Story wirklich vorhanden war. Und ja, da wir jetzt hiermit fertig sind, wisst ihr ja schon, was das heißt. Oh, ja. Dead Space Motherfucking 3. Kommt sofort im Anschluss. Ich freu mich selber schon drauf, weil... Oh, yeah. Also nach dem, was ich schon davon gesehen habe, ist es ja eigentlich schon recht cool. Also Trailer und so. Ich hinsichtlich vor allem das mit den Waffen selber bauen. Weil das wird auf jeden Fall sowas von gar nicht eine One-Weapon-Run oder zwei-Weapon-Run oder so ähnlich. Da werde ich mir die Waffen auch schon mal angucken, ob das man damit machen kann. Man kann es wirklich seine eigenen Waffen da bauen. Oder zumindest Aussätze, wenn ich das richtig gelesen habe. Aber das ist bei mir richtig spannend zu werden. Und vor allem, weil ich schon so ein bisschen so für Unfairness gesorgt habe. So... Schon ein paar Anzüge auf Lager, ein paar Waffen auf Lager. Also die Nekos werden nichts zu lachen haben. Ähm, ich glaube nicht, dass die Nekos hiermals etwas zu lachen hatten. Also manches von denen kann man ja als Lachen interpretieren. Aber ich finde es auch schön, dass sie sich hier mit Nicole wieder vertragen hat. Auch wenn sie am Ende dann doch irgendwie wieder die Böse war oder so ähnlich. Ja, ich... Ich blick... Das habe ich nicht so ganz durchgeblickt. Ja, ich auch nicht. Ich meine, der ist der Böse. Ja, bla, ich bring dich durch, ich bring dich durch, dich selber um. Dann hier, Schritt 4, Akzeptanz, ja, ich bin dein Freund jetzt, äh, doch wieder, du musst sterben, äh... Blibla, blub, und dann nachher... Isaac, mach uns ganz, ganz nett, da, du kannst hier lang gehen, das kannst du machen, um weiterzukommen. Und am Ende wollte sie dich wieder umbringen. Eben. Also, ob die vielleicht auch irgendwie so eine gespaltene Persönlichkeit hat? Obwohl es ja nur eine Halluzination ist? So, oder einmal die Marker-Nicoll und einmal seine Erinnerungs-Nicoll? Ja. Wäre ja möglich. Wäre sehr wohl möglich, aber... Wir werden es nicht früher wissen, bevor es ihnen dann mal gelüftet wird. Ja. Und nicht bezeugen, dass es im dritten Teil gelüftet wird, weil sie ja... EIGENTLICH, EIGENTLICH, zerstört sein sollten. EIGENTLICH. Ja. EIGENTLICH. Ich könnte wetten, irgendwo kommt schon wieder ein neuer Marker her. Genau. Sonst gäbe es ja keine Negros. Mhm. Wobei, hieß es nicht von denen irgendwie, dass sie so ein paar Dutzend... Ein paar, halbes, ein Dutzend Marker irgendwie schon hergestellt hätten? Eigentlich ja schon. Also... Außer dass die ganzen Necro... Ja, gegen den von dem einen... Ähm, großen Marker aus... Aber dann würde es keinen Sinn machen, dass im dritten Teil dann trotzdem noch Necros V kommen. Also ich denke, Markers sind eigenständig. Ja. Jeder hat die Macht hier, Necros zu erschaffen. Alter, wie viel kommt denn da noch? Tolle Musik hin oder her. Kann man das Ding überspringen? Ja, kann man. Schön! Freispiel Plus... Gut zu wissen. Äh, ja, äh... Ja? Prototyp-Anzüge. Versionen des Elite-Anzugs und Varianten des Sicherheitsanzugs sind... Neues Spiel Plus freigestaltet. Suche nach neuen Objekten im Shop und nach Plänen, die auch der Sprawl verloren gegangen sind, um Zugang zu diesen experimentellen Technologien zu erhalten. Cool. New Game Plus. Hardcore-Modus. Die zum Überleben allerwegs gesunde Munition finden wirst. Wenn du stirbst, startest du vom letzten Speicherpunkt neu. Du kannst nur DREIMAL SPEICHERN! ACHT... ACHT, du Heiligen! Also, man muss das ganze Spiel durchspielen und darf nur 3x speichern und hat nur sehr geringe Ressourcen an Munition und Gesundheit. Jep. Das heißt, wenn du gespeichert hast, 2 Stunden gespielt hast und stirbst, darfst du 2 Stunden nochmal spielen. Yeah. Neues Spiel Plus. Yeah. New Game Plus. Ja, dann sag ich mal, man sieht sich in Dead Space 3 oder in meinen Armprojekten wieder. Bis dahin. Ja, Leute. Ciao.